Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es darum eigene Module zu schreiben und mit Modulen meine ich solche ng-Modules hier. Davon haben wir genau eins und das ist aktuell auch offen bei mir, das ist das App-Modul. Das wird standardmäßig für euch generiert und ist sozusagen wirklich das Root-Modul, das heißt das alleräußerste Modul, das wir hier eben benutzen können. Und ja, das ist natürlich schon direkt dabei, hier haben wir bislang eigentlich alles definiert, das heißt wir haben hier gesagt, hey wir wollen App-Component benutzen, Video-Component benutzen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es natürlich so, wir können hier auch noch ein bisschen mehr machen und zwar können wir auch eigene Module schreiben und diese Module dann in unserem App-Modul benutzen. Das heißt das App-Modul ist immer noch ganz außen, aber statt dass wir jetzt direkt hier die Components verwenden, verwenden wir einfach direkt eigene Module. Warum ist das irgendwie sinnvoll? Naja, eigene Module bedeutet, wir können so Sachen machen wie, hey wir haben jetzt hier das App-Modul, ich mache jetzt mal ganz kurz was nicht Code ist, Achtung, App-Modul, das ist das hier. Das ist sozusagen das äußerste von allen und das ist das, was man immer sieht, wenn man auf diese Seite kommt. Und dann, je nachdem was man hier für Routen angibt, haben wir ja auch schon gesehen, können wir hier eben verschiedene Komponenten wechseln. Mit den Modulen können wir jetzt auch zwischen den Modulen wechseln, das heißt man hat dann einfach viel, viel besser noch die Möglichkeit hier ein Modul rein, ja Model rein zu hängen oder Modul rein zu hängen und dann hier noch ein Modul rein zu hängen. Also man kann das richtig schön hierarchisch aufteilen. Das geht mit Komponenten nicht mehr so richtig. Komponenten können zwar andere Komponenten verwenden, aber es wird unübersichtlich, weil wir hier natürlich für jede Komponente alles verwenden müssen. Bei einem Modul haben wir das gute, gute Glück, dass wir hier ja wirklich nur sagen müssen, was überhaupt verwendet wird und das dann hier einfach verwenden können, wie wir eben gerade Lust haben. Das heißt, wir haben hier sozusagen nochmal so eine zweite hierarchische Stufe. Also es gibt eben Module und es gibt Komponenten. Und ja, wenn man es in Modulen klassifizieren oder in Module einordnen kann, sollte man es in Module einordnen und dann innerhalb von den Modulen nochmal die Komponenten einordnen. Man kann natürlich auch Module in Module in Module machen und in jedem Modul hat es dann Komponenten drin. Aber ja, gut, das ist so ein bisschen der Sinn dahinter, dass wir es auf mehreren Schichten ordnen können. Also Module sind noch ein bisschen unabhängiger als Komponenten voneinander. So, ja, wie machen wir das Ganze jetzt? Wir brauchen erstmal ein neues Modul. Und dazu gehen wir jetzt hier wieder mal in unsere Konsole zurück. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über eure IDI laufen lassen. Ist aber für mich ein bisschen einfacher, das Ganze so zu machen, weil es einfach schneller geht auch. Und ja, dann machen wir einfach hier ng-generate. Und jetzt müssen wir hier einfach nur sagen Modul. Das heißt, was wollen wir generieren? Natürlich ein Module. Achtung, Englisch, das heißt, das E hinten dran muss da sein. Und dann zum Beispiel mine. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum ich hier nur mine gemacht habe. Jetzt sehen wir hier nämlich die Datei heißt mine.module.typescript. Und ja, die sehen wir jetzt hier auch schon. Das Modul nennt sich hier mine. Und dann haben wir hier ein mine.module.typescript. Wundervoll. Jetzt haben wir das hier sozusagen zur Verfügung. Das heißt, wenn ich das jetzt hier öffne, dann sehen wir hier Imports sind ein paar da. Und dann haben wir hier Imports Common Module und Declarations haben wir keine. Und dann Export Class Mine Module. Ja, was haben wir jetzt hier anders? Hier ist erstmal unter den Imports das Browser Module. Das ist hier nicht mehr dabei. Das Browser Module darf nur vom App Modul importiert werden. Das ist das Common Module ist sozusagen das normale Modul für alles andere. Das heißt, das App Modul kriegt das Browser Module, während die normalen, normalen, stinkt, normalen, langweiligen Module sozusagen dieses Common Module. Deswegen eben auch Common bekommen hier. Und ja, in den Imports können wir jetzt hier folgendes machen. Hier können wir, beziehungsweise in den Declarations besser gesagt, können wir jetzt hier angeben, wir wollen jetzt zum Beispiel, hier haben wir die App Component verwendet und die Video Component. Wir nutzen jetzt hier drin einfach mal, was haben wir noch übrig? Die Website Component. Und deswegen machen wir jetzt hier Import Website Component. Genau die da. Und die importieren wir automatisch von eben hier dem Pfad. Und jetzt müssen wir hier angeben, dass wir die ganz gerne benutzen wollen. Declarations und Imports sind hier leider vertauscht. Achtet da ein bisschen drauf. Hier sind die Imports zuerst und die Declarations, äh, die Declarations zuerst und dann erst die Imports. Hier sind die Imports zuerst und dann die Declarations. In den Declarations geben wir jetzt allerdings unsere Website Component an. Ihr könnt ja natürlich so viele Declarations angeben, wie ihr wollt, wie hier eigentlich auch. Ihr müsst immer nur angeben, welche Komponenten ihr quasi in eurem jeweiligen Modul verwenden wollt. Also in meinem Modul möchte ich die Website Component verwenden, während im App Modul möchte ich App Component und Video Component verwenden. Ja, und dann gebe ich halt das jeweilige an. Also das ist nicht sonderlich schwer. So, jetzt im App Modul will ich natürlich, das ist mein Root Modul, das heißt es ruft alles andere auf. Und deswegen möchte ich jetzt hier in meinem App Modul, mein, mein Modul importieren und benutzen. Das heißt, ich sag hier Import, ähm, mein Modul, mein, mein, achso ich hab's klein geschrieben, ne? Ähm, ja, mein Modul, hier ist es. Wundervoll, okay. Ähm, und dann kann ich hier unten sagen, in den Imports, da kann ich natürlich die ganzen Module angeben. Das heißt, Imports gebe ich jetzt auch mein Modul an. Und ja, so ist es quasi jetzt hier verfügbar für alles und ich kann damit umgehen. Gut, was ich jetzt machen muss, ist definitiv noch eine Route anpassen, denn ansonsten kann ich mein Modul hier nicht verwenden. Und das wäre schade. Das heißt, wir haben hier, Achtung, wir haben schon in unserer App Component HTML, haben wir hier das Router Outlet schon drin stehen. Ähnlich wie bei den Komponenten müssen wir jetzt hier allerdings noch diese Routen definieren. Und das machen wir auch tatsächlich hier in mein Modul. So. Das heißt, ich schreibe hier mal einfach diese Routen rein und die muss ich jetzt natürlich noch irgendwie importieren. Das mache ich einfach mit Alt Enter. Dann werden die automatisch hier für mich importiert. mit den falschen Anführungsstrichle. Hammer gut, aber egal. Und dann sage ich jetzt hier, welche Komponente soll verwendet werden? Naja, die Website Component. Und wo soll sie verwendet werden? Naja, unter Website. So. Und ja, jetzt muss ich hier natürlich noch irgendwie meine Routen angeben. Und wenn wir uns das nochmal kurz im App Modul angucken, wie wir das hier gemacht haben. Hier haben wir gesagt, RouterModule.forRoute, meine Routen. Und meine Routen waren hier oben diese Routen, die wir hier definiert haben. Das geht da drüben in meinem Modul nicht mehr. Denn wir sind hier kein Rout Modul mehr. Wir sind nicht mehr das äußerste Modul. Wir sind nicht mehr AppRoute, sondern wir sind jetzt ein eigenes Modul. Und das bedeutet, wir müssen das Ganze ein bisschen umändern. Und ich wollte natürlich nicht in die Declarations, sondern ich wollte in das Ding rein. So, und jetzt sagen wir hier, achso, wir müssen natürlich erstmal unser Routen Modul noch importieren. Das machen wir am besten hier oben noch. Das haben wir eigentlich alles schon gemacht. Also das kennt ihr auch tatsächlich. Einfach nur hier Routen Modul noch zusätzlich importieren. Und dann hier unten, jetzt können wir das Routen Modul aufrufen. Das ist übrigens auch ein Modul. Allerdings ein Modul, was keinen Inhalt verwendet, sondern einfach nur irgendwelchen Code für euch bereitstellt sozusagen. Das macht man eigentlich ganz gerne. Und jetzt sagen wir hier, Router Modul for, und jetzt Achtung, nicht for root, sondern for child. Und hier geben wir jetzt eben unsere Routen an. Das heißt, meine Routen. Wunderbar. So, und jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchten, um ein eigenes Modul zu schaffen. Das heißt, jetzt ist unser Modul eigentlich schon fertig. Wir können hier quasi alles machen, was wir im App-Modul machen können. Zumindest fast alles. Wir müssen hier eben nur darauf achten, dass wir hier for child benutzen. Ansonsten läuft wirklich eigentlich alles gleich, wie beim Aufsetzen von diesem App-Modul. Und im App-Modul sagen wir einfach nur, hey, dieses Modul hier existiert. Bitte benutzt es irgendwann. Aber das müsst ihr jeweils nur im App-Modul, beziehungsweise in dem jeweilig darüber liegenden Modul machen. Also ihr könnt da wirklich so eine Hierarchie aufbauen. Zum Beispiel App-Modul benutzt mein Modul und Foo-Modul und mein Modul benutzt Bar-Modul und Buds-Modul und Foo-Modul benutzt eben noch zwei andere Module. Also ihr könnt es quasi wirklich so super hierarchisch aufbauen. Und am Ende kommt einfach alles hier im Router-Outlet raus, was ihr gerne verwenden wollt. Und das ist eigentlich ziemlich geil. So, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Im Endeffekt haben wir nichts weiter getan. Also hier ist natürlich noch nichts drin, aber ihr wisst hoffentlich noch, Router-Outlet funktioniert immer genau so, wie wir es hier oben angeben. Das heißt, wir können jetzt hier Website angeben und dann steht hier eben Website-Works. Und wir wissen jetzt allerdings, dass das gekapselt ist in ein separates Modul, nicht nur in eine separate Komponente. Und wir deswegen absolut, ja, das Ganze super warten können. Das heißt, wir können den Code besser auch, ja, aufteilen sozusagen. Das heißt hier, mein Modul und die dazugehörigen Komponenten werden jetzt von einem Entwickler entwickelt und dann App-Modul und die dazugehörigen Komponenten von dem nächsten. Und eben so kann man das quasi aufteilen. Also ein Entwickler macht ein Modul sozusagen und dann macht, oder ein Team macht ein Modul, falls ihr mehrere Teams seid. Und jeder Entwickler in diesem Team kann dann eben zum Beispiel eine Komponente machen oder so. Ja, cool. Und das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.